Musik Und hier mein Herzlich Willkommen auf YouTube, wieder bei uns. Mein Name ist SuckerTracks und willkommen zu meinen Leuten, äh, ja, Webcam-Video. Ähm, ich hab heute mal wieder Bock auf Abo-Games. Viele von euch haben gefragt, ob wir das nicht nochmal machen könnten. Und weil sie ja letztes Mal nicht rangekommen sind, weil sie nicht da waren oder was weiß ich. Ähm, ja, können wir gerne machen. Heute ist Donnerstag, äh, da ist das alles easygoing machbar. Ähm, für mich ist sozusagen Wochenende. Ich hab meine Klausurwoche hinter mich gebracht. Ja, und dann hab ich mir gedacht, komm, machst ein paar Abo-Games. Äh, kommt auf den TeamSpeak-Server, joint dem Chat TSFI-Tracks. Dann kann ich euch dementsprechend einfacher einladen. Äh, kommt ins TeamSpeak. Einfach, wenn das Video oben ist, werden Abo-Games stattfinden. Und, äh, nee, wir machen das so. Ich lad das Video früher hoch und, äh, wir starten die Abo-Games dann gegen 18 Uhr 45 oder 19 Uhr. Weil ich hab halt bis, äh, 5 Uhr Schule und bin erst zu Hause um 7. Äh, nee, gegen, gegen 18 Uhr, äh, 40 bin ich so zu Hause. Und wenn ich dann, äh, direkt nach oben gehe, ja, ich wohne oben, äh, können wir direkt mit, äh, Abo-Games starten, wenn ihr Bock habt. Also, das kann ich euch anbieten, ähm, wenn ihr morgen zur Schule müsst, das wahrscheinlich der Fall ist, ähm, werden wir wahrscheinlich Freitag auch noch ein paar Abo-Games machen, aber nur damit ich heute was bringe, ähm, bevor ich wieder ein englisches Video hochbringe. Äh, an Guide muss ich mich nämlich auch noch ansetzen und, äh, dann kann ich das ein bisschen komprimieren. Also, das dazu, äh, TeamSpeak-Daten, denke ich mal, muss ich jetzt nicht 10.000 Mal einblenden, die habt ihr ja jetzt, denke ich mal. Äh, zur Not fragt ihr einfach im Chat. Äh, wie ihr in den Chat kommt, das ist relativ einfach, wenn ihr League of Legends offen habt, dann geht ihr unten rechts in die Ecke, da ist einmal eure Freundschaftsliste und daneben sind so zwei Sprechblasen. Da klickt ihr einmal drauf und dann öffnet sich ein neuer Reiter und da steht dann so eine Plus-Sprechblase. Und da gebt ihr dann einfach TSFI-Tracks ein, so wie ich geschrieben werde. So, ich bin raus, das war's von mir, äh, wir sehen uns auf dem TeamSpeak. Reingehauen.